Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, äh, Ruckloth Seasons. Ähm, wir befinden uns hier in Level 3 Gift-Mottenhöhle und brauchen ein Schild. Ähm, wuhh. Nein, 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 nein. So, gleich mal die... Hm, gehen wir erst links. Okay, gehen wir doch nach oben. Habe ich für zu oberen Spontan entschieden. So. Jetzt komm halt hier. Doink, doink. So. Na, wusste ich's doch. Boah. Fiese Hände. Geht sterben. Achja, sobald man das Kraftanband hat, kann man die Vasen verschieben. Das ging in Links Awakening glaube ich nicht. So, jetzt nur Auffassen, dass wir die Vasen nicht in die Ecke schieben, weil... Sonst kriegen wir die da nicht mehr raus. Weil Vasen kann man nämlich nur werfen und dann sind sie put. Sehr, ja, kontraproduktiv. So. So. Da lang. Ähm, ich glaube hier gegen... Genau. Nicht so toll. Jetzt brauchen wir so Kraftanband, weil das geht so nicht, glaube ich. Ne. So. Schnell wechseln. Hören wir nicht abstürzen. So. Ich frage mich ja, warum die sich zurückbewegen. So rein logisch ist es ja nicht zu erklären. Achja, wir haben eine kleine Schlüssel bekommen. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Türen öffnen, Blöcke, aber nur diese Hülle. So, jetzt gehen wir nämlich die Treppe hoch. Hasen. Ih. Andere Hase. So. Okay, gehen wir mal hoch. Aha. So, ein markanter Platz hier in der Mitte. Da wird wohl gleich was auftauchen. Ja. Du hältst zehn Bomben. Das ist vermutlich ein Wink mit dem Zaumpfahl, dass wir hier springen können. Ha. Und was haben wir hier? Eine Karte. Drücke es direkt, um sie zu sehen. Dunkelfelder zeigen und besuch die Räume an. Jo. Dann wieder zurück und... Doch, es geht so. Und nach links. Nach... Ah, shit. Äh, ja, fehl. Nochmal. So, den so, den so. Äh. Ähm. 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 Nee. So und so. Nee, da passt irgendwas nicht. Ich stelle die Bomben gerade irgendwie. Ich müsste es irgendwie nach oben schieben können. Nee, Moment. Ähm. Ähm. Nee. Hä? Also müsste ich... Ähm. Hä. Okay, ich werde vermutlich die 6 hier so wie die hier anordnen müssen. Okay, mit dem kann ich sowieso noch nichts wirklich anfangen mit den Seitentypen. Ach klar, ach. So. Ich muss es gar nicht nach oben schieben. So, machen wir jetzt. Wahnsinn, Wahnsinn. Sterbt. Autsch. Sterben, sterben. Duftkern, ole. Interessante Platte. Geht's da oben irgendwo hin? Okay, dunkle Felder. Sterb. Wow. Ähm. Ich hab nen Schlüssel. Dann gehen wir mal da rein. Äh, haha. Komm her. La, 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 la. So. Ich hoffe mal, dass die Feder drin... Ja, du erhältst die Greifern-Feder. Mit ihr fühlst du dich federleicht. Moment. Jetzt schon. Wie, wie. Okay. Äh. So. Und... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein, nein, nein. Ähm. Okay. Ah, ist in Truhe. Du erhältst 30 Rubine. Feine Sache. Ähm. Ah, hier sind wir. Interessant. Ich will aber trotzdem da hin. Hm. Ah. Okay. Äh. 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 Hm. Nein. Nein, 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 nein. Springen. Springen. Ach du Schande. Okay. Muss mich retten. Hat doch keine so gute Idee, der... Ja, halbes Herz. Ja, ich weiß. Geniale Aktion. Äh. Nach, verdammt. Warum gibst du mir kein Herz? Okay. Das könnte unser erster Tod werden. Uh. So. Und... Wow. Ah. Boah. Und hoch. Schnell rüber. Okay. Und jetzt... Sterben wir sowieso gleich. Ich vermute... Gibt's hier noch was? Oder kann ich's gleich? Ach komm. Doch, hier gibt's den Tore. Hä? Geperz? Hm. Geperz? Hm. Du hast den Kompass gefunden. Nutze ihn zur Orientierung, um Schätztronen zu entdecken und Schlüssel aufzuspüren. Juhu. So, jetzt verschieben wir mal das Trampolin, um drüben hochzuspringen. Trampolin verschoben und hepp. Und jetzt gib mir bitte ein Herz. Herz! Oh, nee, oder? Hm. So. So. Eine Fresse. Ich bin so gut. So, dann... ...bräuch ich wieder mein Schwert. Du, 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 du? Schlüssel! Ähm. Schade, das seh ich nicht. Ich vermute mal, ich muss auf diesen Fleck dort drüben. Ähm. Am besten... So. Doch, das müsst ihr hinhauen. Dann bist du zur Wand und dann hoch und... Ja, doch, das geht. So. Du, 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 du! Das gibt mir halt ein Herz. Ein kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnest du verschlossene Türen und Blöckchen dieser Höhle. Und wieder runter. Und noch eins runter. Und... Aaaaah. Aaaaah. Ich will kein... ...Eine Rubine. Ich will ein Herz. Scheiße. Gib mir ein Herz. Yay. So. Jetzt noch nicht drauf gehen. Boah. Bäm. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Perfekt. Das Geräusch macht mich wahnsinnig. Jetzt aber schnell. So, dann... Seid ihr immer noch da? Dann gib mir noch wenigstens ein Herz. Wow. Herz? Ja. Boah, endlich ist dieses Geräusch weg. Ja, 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 ist recht. Ich verschiebe hier gleich. Gleiches Spiel. Links. Runter. Links. Runter. Und links durch. So. So. Uaaaaah. So, und... Herz? Nein? Hm. Okay. Habe ich so das Gefühl, dass ich jeden das brauchen würde? Pegasus! Uah! Shit. Hm. Hätte ja eigentlich klappen müssen. Warum funktioniert das nicht? Äh. Fail. Warum zu kompliziert? So. So. So, was kommt hier? So, was kommt hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017